So, hier. Du hast einen Splitter. Und weg. Aber ich weiß nicht, ob das so gut war. Und dem einen Splitter zu geben. Polarsen, schlechte Familie. Okay. Okay. Hallo, ich bin wieder zurück. Und ich habe mein bestes Freund mit mir. Das ist Spot. Ich hoffe, dass er nicht schreit auf Stöhnen. Du bist zweit so groß wie ich bin. Zudem nur so dick. Sehr schön. Dann bin ich platt. So, jetzt können wir mit Spotty. Eine kleine Brücke machen. Oh, du bist so cool, Spotty. Ich kann es nicht schreiten. Ich kann es nicht schreiten. Es ist ein Plateau. Wenigstens zupfen wir nicht auf ihn rum. Ralph weiß, was mit dem zu tun. Ralph weiß, was mit dem zu tun. Aber wo ist Ralph? Okay, da können wir nichts machen. Bring Ralph zu irgendwo zurück. Aber wo ist Ralph? Welches ist einer dieser Felsen dort drüben? Hm. Wo finden wir Ralph? Hm. Was? Können wir das Spot vielleicht durchschieben? Das klappt wohl nicht so ganz. Hm. ab jetzt nicht so richtig. Das war dann schon schön. Das heißt, der Busch ist wirklich schnell. Das heißt, der Busch ist wirklich prinklig. Keine Strecke... Nein, ich... Ich mag's nicht. Das bedeutet, der Busch ist sehr strig. Das bedeutet, der Busch ist wirklich krinklig. Das bedeutet, der Busch ist wirklich krank. Nein. Das bedeutet, der Busch ist wirklich krankbar. Jetzt werde ich wissen, wo der Ralf ist. Wer ist denn hier? Da ist Ralf. Okay, wie kriegen wir den hier raus? Oha, ist das nicht ein bisschen heiß für dich? Spot. Ich bin nicht interessiert, aber du stehst mich nicht. Okay, dann. Ich werde dich einfach rollen. Okay, wir wollen ihn zurück. Willst du mich rollen? Ja, ihn wollen wir rollen. Da sind sie wieder zusammen. Sehr schön. Ach, was? Ach, was. Und bis dahin könnten wir sie noch nicht mitnehmen. Können wir sie vielleicht jetzt mitnehmen? Ich bin echt verrückt. Wie löst du Stöhne? Sicherlich nicht mit Späten. Vielleicht könnte das funktionieren. Auf der Späten. Hm. Jetzt können wir uns die Gebetsmühle holen. Und das geht um die Gebetsmühle. Ich habe dich abschließen. Oh, du bist so cool. Ah, ja, ja. Eine Gebetsmühle. Die müssen wir dann noch irgendwie reparieren. Without help, I can't move it. Hm. Without help, I can't move it. Das ist schlecht. Oh, wow. Sie sind es guter, das nicht zu helfen. Sie haben nicht sogar die Gebetsmühle. Ich bin sorry. Wir können nicht haben die Gebetsmühle, aber wir haben etwas anderes. Ein Geheimnis? Ja, ein Geheimnis, das nur wir Stöhnen wissen. Ein Geheimnis, das uns unglaublich Güte. Ein Geheimnis, das uns unglaublich. Ja, was sind das? Ja, Ralf, welches Sie sprechen? Der Magik Song of Stones. Eine Song? Aber wir müssen das nicht singen. Ja, denn es ist ein Geheimnis. Nicht nur für emergentscheidungen, und nur für ein paar Kilometer Jahre zu sein. Und es muss sein sein, mit mehr als einer Steine. Und es ist nicht alles gut. Es funktioniert nur für eine Steine, die kleineren als die, die es singen haben. Wenn wir singen, können Sie die Steine mit einem Finger aufstehen. Das ist großartig. Dann, was Sie warten? Bitte, beginne zu singen. Warte. Gib uns einen Moment. Ahem. Huch! No merke! Oha! Oha! No singed. Okay, du kannst singen. Ahem. Ahem. B goedkend, ich zuge. Nie verruf mich für von den Skluchzen. Die Steine. Die Steine. Die Steine. Die Steine. Die Steine wie es die letzten EONs. Fliege! Sie erinnern sich immer, wie fliege! Fliege, wenn ich dich fliege! Super! Du bist großartig! Ah, danke! Ich wünsche, dass die Bärchen von Schnee gemacht wurden. Dann weiß ich, was mit ihnen zu tun. Sie werden es vollkommen noch mal sehen. Okay, lass uns rocken! Oh, werden sie doch... Oh, warte mal, Leute! Ich muss das erst einmal fixen. Aha! Ich mag Quartz-Flauern. Sie würden niemanden verhindern. Wie fixen wir das jetzt? Mit Lava vielleicht? Oder wie? Zum Kater? Wie fixen wir das? Okay. Steine! Steine! Sie sind ja ganz stoned. Warte mal, Leute! Ich muss das erst einmal fixen. Wie fixen wir das? Vielleicht hier mit der Lava oder... Jemand einen Plan? Ich glaube, ein bisschen Lava irgendwie mitnehmen. ganz streben. Wie heißt expos... Tsch HA... Jea... Je hängt was, aber das kriegen wir nicht. das kriegen wir nicht reif und dingo so wie kriegen wir das jetzt hin wie kriegen wir das gefixt wie fix man einen stein vielleicht tun wir erst den zweiten ab und fixen mal den letzten ok jetzt sind wir hier jetzt müssen wir erst den busch entfernen oder was ich kann spot ja aber schlucken unter den busch vorbrennen oder so das wäre was und das hinkriegen würde nur mal so als idee vielleicht gelingt das ja ich komme dann damit auch den felsen kippen das könnte klappen das ist zu heiß na was wird schnell zu früh bevor wir glüht Mach den Busch kaputt. Sehr schön. Jetzt vielleicht nochmal den Stein reparieren. Einschmelzen, Stein zum Schmelzen bringen. Das muss sehr heiße Lava sein. Na dann Spot. Spotty. Um die Milch hochspotty. Um die Ladezeiten. Um die Gebetsmitte zu operieren. Oh ja, wenn die Magma hier zart wird, ja, das könnte klappen. So, und jetzt? Okay, let's rocken. Let's rocken. Oh, der war gut. Und schlag. Und der letzte. Steht schon in der richtigen Stelle und dann müssen wir das noch nochmal austauschen. Austauschen. Okay, you can start singing. Stones, stones, have never flown flown flown, flown, but once in their life, life, they go where clouds drive, 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 and end stop. Awesome. You did great. Thank you, thank you. What's the name of your band? Uh, just call us the Stones. Yay, the wheels are in place. What now? Alright, listen to the Rolling Stones. You have to turn the left one to the right. Mm-hmm. Where is that? Oh, it's where the chasm is. But that's right. For the first time in my life, I wish I had hands. So you could show Rini where left and right is? No, so I could strangle you. Mm-hmm. I've got no throat. And again, I'm going to get you through, Tom. I'm going to get you through. Alright, let's try, Tom. Let's go, let's go, let's go. Oh, why don't you tell us a story while I'm in the portal? The legend is a kind of riddle for the order in which the world has heard. Uh-huh. Each cylinder represents something. Life, death or dream. Got all that? Mm-hmm. Yes, sir. Alrighty. No. 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 In a time, when this world wasn't born, there was a young boy, just one thought away from death. In a time, when this world was born, there was a young boy, just one... I would say life, a dream and a death. So it comes to the end of the last. In a time, when this world was born, there was a young boy, just one... I don't understand anything more. I don't understand anything more... I don't know, I don't understand anything more. That must be the next. No. 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 dass so irgendwelche Reihenfolgegründe drehen ist wahrscheinlich wichtig aber das war falsch okay also wir müssen wirklich gehen als erstes dann den hier oh doch nicht den hier den hier na diese Störung muss ich noch ein bisschen es muss noch ein bisschen üben das funktioniert noch nicht so ganz von dem drehen je mehr er schlitt nach der Tod je mehr wieser die Wäste grew der größte von ihnen all war der Wurm der all die anderen an diesem Punkt wurde der Junge endlich erwischt er war nicht mehr in seinem Bett sondern sitzt auf einem Tron und er wusste dass er jetzt alles hat er jetzt das muss jetzt das sein er stand und sitzt außerhalb zu sehen auf sein König er war mehr wie jeder kann vorstellen voll von kristal leiten leiten und leiten 1 auf 1 1 1 2 2 2 2 3 Gedanken vom Tod und Klanz. Okay, das ist der Tod hier. Eine Frage. Traum trockenen. Monster. Das ist wieder der Tod. Das ist Traum und das ist das Leben. Was? Okay. Tod. Der Traum jetzt hier. Okay, jetzt mal mit Tod. Ja, an dem Tod hast du probitier gescheuert. Definitiv Tod, oder? Okay, er wacht auf. Also, die Sonne. Er stand und stand aus dem Fenster, um das Königreich anzusehen. Das müsste auch wieder ein Traum sein, oder? Hm, ja. Das muss die Sonne sein, oder? Ja. Ergenschaft freigeschaltet. Wo neben ist es, da ist auch Hoffnung. Sehr schön. Oh nein, es wird nicht mehr öffnen. Warum nicht? Was ist passiert? Wahrscheinlich stuck. Hm. Kaputt. Ah, nun. Jetzt müssen wir Spots dazwischen quetschen. Das soll doch jetzt wohl gehen, oder? Okay, jetzt geht Spots an Ende weiter, oder was? Spots. Spots abenteuer. Das hatten wir in der Spots wird auch schon im ersten Teil. Kleinen Spots abenteuer. Ui. Tatsache. Kleiner Spots auf großem Abenteuer. Ach, der Drache aus der unendlichen Geschichte. Verstehe. Aber ich habe es gefunden. Verdammt Nation. Das ist wirklich ein Arte. Wir werden unsere Menschen sammeln. Und Spots. Und Spots. Was villainy ist jetzt die falsche Queen? Vielleicht bist du kein Caterpillar. Merely etwas anderes in der Form von einem. Das ist warum du hier bist. Die falsche Queen hat dich genommen. Über die Tatsache. Du bist der Schmerz des Schmerz. Du bist der Schmerz des Schmerzes. Was hast du denn mit? Faszinierend. Du hast keine Angst. Alle diviner Schmerzen sind mit dir. So, jetzt. Vernünftig. Schon verkackt. Na komm, sehr gut. Das war jetzt geklappt. Von. Oben raus. Oje. Jetzt kriegen wir das Dach in den Maul rein. Oh. Ein Spot verstuckt. Oh, Kugelspots. Nice. Oh, mit Nasenlöcher. Okay. Das wird wohl nix. Oh, okay. Oh, okay. Ich bin mit Nasenlöcher. Ich bin mit Nasenlöcher. Oh, okay. Ok, ich bin mit Nasenlöcher. Oh, okay. Ich bin mit Nasenlöcher. doch durchs Nasenloch ok, da kommt man nicht lang ja ach so, ok, das können wir mit den anderen weiterspielen, das wollte ich nicht, aber was ist das Schlimmste, das kann passieren, dass der aufgeräumte nur legte und Sport hat viele Legen jetzt müssen wir das Dach und jetzt irgendwie hinkriegen hm, super das ist das das ist das Untertitelung des ZDF, 2020